Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Die Königin! Um dies zu verwirklichen, müssen wir uns der größten Herausforderung dieses Landes stellen. Dem Frieden. Habt ihr mich wirklich vermisst? Ich sagte der Comtesse Paré, ihr seid der Mann, der mir am teuersten wäre. Du bist die Königin, eine Nation von schmutzigen, primitiven Bären. Wer würde dich wollen? Ihr wäret frei und könntet tun, was ihr wollt. Im öffentlichen Leben und im privaten. Ich bin davon überzeugt, dass wir unser Schicksal selbst bestimmen. Aber ich bin frei, euer Majestät. Ich habe kein Königreich zu regieren. Lang lebe, Christina! Ich werde den Tag verfluchen, an welchen mich heute meine Tochter nanntest.